so herzlich willkommen zu meinem ersten tutorial ich präsentiere euch wie entschlüssel ich playstation eins spiele so bei den meisten playstation einspielen ist es leider immer leider 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 so jetzt suche ich mir mal ein playstation spiel aus hat sich gerade mein handy verabschiedet so download psx ich weiß schon welches spiel explizit ich auspicken werde hier genau er kommt ich will mir gerne er kommt und dann ist ein schönes klassiker spiel das heißt dieses klassiker spielchen ja wie soll ich sagen ist bei mir oder wenn ihr das runterlädt ist verschlüsselt das heißt wenn ich jetzt herunterlade fangen wir mal an ja dann warten wir einfach mal die 15 sekunden ab und ich erkläre euch ein paar sachen die wichtig sind wir haben einmal hier monkeys audio da werdet ihr des öfteren mit konfrontiert sein weil die meisten playstation einspiele hatten ja eigene audio spuren also sprich ihr habt es in den cd radio eingeschmissen konnte diese cd wie eine normale audio cd abspielen konnte natürlich die musik von diesem spiel euch im cd radio anhören wie ihr seht es liegt gerade runter geht ganz schnell eine minute noch diese minute warten wir ab ja wo war ich konnte ihr natürlich diese musik euch anhören nur mal als beispiel geben wir dazu in geben natürlich mal ein bekanntes spiel ein so jetzt seht ihr natürlich hier wie ihr sie auch hört jetzt nuclear strike wenn ihr die in den cd player eingeschmissen habt konntet ihr euch diese natürlich auch anhören so dann wäre er combat heruntergeladen endlich fertig wird geöffnet schön so wenn ihr sie öffnet seht ihr lauter ab dateien mit denen könnt ihr jetzt erstmal gar nichts anfangen das heißt wir machen uns einen ordner schmeißen hier er kommt noch mal rein hier schon angefangen habt mit psx da ist eine vorherige aufnahme noch drin da ist eine vorherige aufnahme noch drin da muss ich mal dringucken da ist draußen das schneide ich jetzt schnell aus so einfügen fertig das lösche ich gleich komplett so so wir machen uns einen ordner schmeißen hier air combat rein gehen in diesen air combat ordner nochmal rein entpacken auch die 7z datei die unser spiel natürlich beinhaltet so jetzt habe ich hier eine punkt bin ecm und lauter punkt ape dateien die ihr hier sehen könnt zuerst kümmere ich mich um die spiele datei dazu brauche ich ein kleines tool das ihr hier herunterladen könnt das ist einmal punkt ecm also un ecm immer diese werbung könnt ihr natürlich hier herunterladen den link zu dieser datei werde ich euch in der video beschreibung hinzufügen so download file sind nur ein paar kilobyte die ihr herunterladen müsst so ist heruntergeladen natürlich gehe ich jetzt in meinen download ordner öffne diese punkt ecm und ecm datei auf schmeiß sie mir in meinen ordner rein und jetzt kommt der trick wenn ihr jetzt doppelklick auf punkt und ecm macht dann sagt er hier habt ihr ein paar befehle gebt die ein sagt mir was ich zu tun habe wollen wir aber nicht wir können jetzt natürlich über cmd in unsere konsole reingehen uns in diesen ordner hier rein hangeln was natürlich total kompliziert ist also schwachsinn man hockt erstmal eine halbe stunde drin für eine datei dass man einfach un ecm wollen wir machen hier mal ganz groß scrollen natürlich komplett runter und schieben natürlich unsere ecm datei auf den un ecm exe es öffnet sich kurz ein fenster er decodert und voila wir haben aus einer ecm eine punkt bin gemacht einfach so schreiben und hier ich lösche mal punkt ecm raus funktioniert nicht also euer raspberry kann es weiterhin nicht auslesen ihr seht es hier schon die datei punkt ecm hat 90 mb und wenn sie un ecm ist sind es 102 mb die ist weiterhin verschlüsselt so die punkt ecm datei brauche ich jetzt nicht mehr jetzt lade ich mir natürlich die monkeys audio runter installiere es das zeige ich euch jetzt nicht wie es installieren geht ich habe es nämlich schon vorbereitet hier einmal monkeys audio öffnen wenn ihr es öffnet sieht es so aus ihr habt es erst einmal als compress da wir es ja nicht compressen wollen sondern decompressen wir wollen ja aus einer ecm aus einer ecm datei ne wave datei erstmal machen füge ich natürlich alle dateien von punkt ecm hinzu ihr könnt hier nichts falsch machen denn die punkt bin datei wird nicht gefunden oder nicht angezeigt da nur monkeys audio punkt ecm und punkt apl und punkt mac auslesen kann ihr werdet bei diversen seiten wie zum beispiel emoparadies werdet ihr nur .ap dateien finden oder .ecm so wir fügen die hinzu lassen sie decompressen je nach rechenleistung dauert es wenige sekunden so bei mir dauert es ungefähr 10 sekunden ist ja von der vorherigen aufnahme auch schon habe ich das auch schon gemacht daher weiß ich das jetzt schon wie lange das ungefähr dauert jetzt kommt die werbung im hintergrund halt die schnauze so hier seht ihr alle dateien sind decompressed und ich habe hier .wave dann gehen wir mal jetzt mal umkehren wie war das ansicht 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 kleine symbole so jetzt habt ihr hier .ap dateien die wir uns jetzt alle hier aus könnten sie jetzt alle löschen natürlich könnte ich jetzt machen so haben wir es jetzt auch mal so ich mache es jetzt ein bisschen umständlicher weil ich jetzt gerade zu voll bin oder auch nicht an sich sowas äh kleine polydetails so natürlich ach ja weil es audiodateien sind das ist automatisch jetzt weiß ich gerade nicht wie das funktioniert äh dass ich nur mir listern zeigen kann dass ich mir die dateiendungen durchsortieren kann deswegen mache ich es jetzt per hand dauert jetzt einen moment einmal gleich durch so 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 scroll noch ein bisschen runter vier dateien sind es noch so 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 wir haben jetzt eine .bin datei das ist unsere spiele datei unsere spiele cd und eine menge wavedateien so via raspberry ist ja auch nicht blöd er weiß dass das wavedateien musikdateien sind er wird sich alle musikdateien in den arbeitsspeicher laden und wird sie schon mal vorbereiten bis er sie braucht das wollen wir nicht weil die spiele cd weiß ja nicht welche cd oder welche datei das das jetzt wavedateien sind sondern er sucht immer noch cda um 480 mb nicht in den arbeitsspeicher zu laden gibt es einen kleinen trick wir laden uns daher ein kleines tool herunter das nennt man waved to bin werde ich euch natürlich auch verlinken in meiner video beschreibung gehen natürlich wieder in unsere psx datei sprich in unser spiel so da schmeißen einfach die datei kurz da rein führen sie ganz kurz aus und wie ihr seht sind alle .wavedateien jetzt .bin dateien so das haben wir jetzt erledigt jetzt ist es auch nicht einfach getan dass ich das spiel einfach auf den raspberry drauf lade daher brauche ich wieder ein kleines hilfsmittelchen wir haben einmal hier q's and sbis das ist eine komplette sammlung aller spiele die es gibt oder größtenteils die es gibt da ist es halt zu beachten dass in die q's dateien natürlich alle dateien aufgelistet sind dass einfach unser raspberry weniger arbeiten muss und einfach nur sieht alles klar hier ist das hier ist das so wir nehmen unser air combat werfen diese kleine datei nur diese datei in unseren air combat ordner rein löschen natürlich bei f2 bin und ohne ecm das brauchen wir alles jetzt nicht mehr öffne euch gerne nochmal die coe datei da seht ihr dass hier alles nochmal aufgelistet ist von allen tracks sind alle natürlich .bin was zu beachten ist äh verhindert nicht die datei also den dateinamen aber wenn ihr sagt ja scs ist mir zu lang mach ich mal raus funktioniert nicht mehr dann findet der raspberry einfach die datei nicht mehr also lassen wir äh scheiße lassen wir einfach den dateinamen so stehen strg und z schnell hinzufügen also ihr müsst es dann auch in der coe datei verändern ihr müsst es hinzufügen wie eure spiele heißen also die arbeit mache ich mir jetzt nicht das einzige was ihr machen könnt ist einfach mal die coe datei zu air combat umschreiben so natürlich benutze ich retropy das heißt ich werde meine dateien ganz einfach über den windows ordner hinzufügen so einmal kopieren und gehe ich in meine retropy rein hier auf roms gehe auf psx und da seht ihr auch schon bei mir ich sie jetzt durchordne ich habe nur coe dateien seht auch hier hier sind die ganzen spiele dateien wie zum beispiel bei rayman hier ist die spiele cd also die daten track muss ich schon sagen und die musik tracks geht halt runter bis track 51 ist aber jetzt egal so ich füge natürlich das spiel hinzu er fangt an zu rattern ja möchte ich im ziel ersetzen und schiebt mir das alles jetzt auf meine externe festplatte bei mir läuft der raspberry direkt als externe festplatte da werden alle meine roms drauf gepackt wie ihr das machen könnt als die externe festplatte als hauptplatte für den retropy zu benutzen nur für den retropy werde ich euch in einem extra tutorial erklären so sobald das hochgeladen ist startet ihr einfach euren retropy neu das macht ihr entweder über putty gebt eure ip-adresse ein machen wir open gebt dann euer passwort ein login raspberry enter jetzt geschrieben raspberry so genau ihr seht 917 gigabyte 88 sind benutzt 793 habe ich noch frei mein arbeitsspeicher ist auch ein bisschen voll 133 prozesse laufen meine ip-adresse meine prozessorleistung prozessortemperatur und grafikkartentemperatur natürlich ist die grafikkarte gleich die prozessor der prozessor selber wird sich aufgeteilt und mein raspberry läuft schon seit 42 minuten so wie ihr seht der kopiervorgang ist abgeschlossen dann gebe ich einfach mal ganz kurz ein er sagt ja close connection so schließen warte ich und schon kann ich an den fernseher hinwandern und kann natürlich meine spiele spielen so wenn euch das tutorial gefallen hat geholfen hat oder ihr noch fragen anregungen etc habt oder ihr noch ein paar mehr tutorials von mir sehen wollt like mein video daumen nach oben einen kommentar hinterlassen für welches thema ihr gerne ein tutorial haben möchtet bekommt ihr natürlich ich bin euer production ich wünsche euch noch einen schönen abend schönen tag auf wiedersehen dann 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 dann